Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich Willkommen! Das Landgericht Amberg hat den 46-jährigen Jäger, der Kugel bei einer Maisjagd letztes Jahr bei Nittenau den Beifahrer eines PKWs tötete, wegen fahrlässiger Tötung zu einer zwölfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem muss er den Eltern des Opfers 20.000 Euro und an eine gemeinnützige Organisation 10.000 Euro zahlen. Erneut wurden bei einem in Brandenburg in der Region Kremmen erlegten Stück Schwarzwild Trischinen entdeckt. Wie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Oberhavel mitteilt, wurde bei einer im Juli eingereichten Probe ein sehr massiver Trischinenbefall festgestellt. Behördenangaben zufolge wurden im letzten Jahr insgesamt drei Fälle im Landkreis Oberhavel dokumentiert. Die Folgen vergangener Winterstürme und der zweite trockene Sommer rufen derzeit allerorts Besorgnis um den deutschen Wald hervor. In einem Zehn-Punkte-Papier fordert der BUND die deutsche Forstwirtschaft auf, zügig mit einem Waldumbau zu klimastabilen und naturnahen Wäldern zu beginnen. Der Deutsche Jagdverband begrüßt den Vorstoß grundsätzlich, kritisiert jedoch die Forderung zum Wildtiermanagement des BUND. Der Waldumbau dürfe nicht auf dem Rücken des Wildes ausgetragen werden. Wald mit Wild gehe auch in Zeiten des Umbaus zu klimastabilen Wäldern. Weil an der Wirksamkeit von blauen Wildwarenreflektoren gezweifelt wird, sollen in Mecklenburg-Vorpommern zukünftig keine weiteren Reflektoren mehr an den Leitfosten installiert werden. Das Verkehrsministerium will dafür keine Steuermittel mehr verwenden, wie der NDR berichtet. Das Ministerium begründet die Entscheidung mit einer wissenschaftlichen Studie der Universität Göttingen. Laut dieser konnte die Wirksamkeit von blauen Reflektoren nicht nachgewiesen werden. Diverse Studien sehen dies anders und berichten über signifikante Rückgänge der Wildunfallzahlen. In Nordrhein-Westfalen ist gestern die zweite Verordnung zur Änderung der Landesjagdzeitenverordnung in Kraft getreten. Wie der Landesjagdverband mitteilt, wird dadurch insbesondere das Verbot der Bewegungsjagden sowie des Hundeeinsatzes bei der Jagd auf Schwarzwild in der Zeit vom 16. Januar bis 31. Juli aufgehoben, wofür die Jäger eingesetzt hätten. Wir setzen uns wieder zurück an den Schreibtisch. Das waren die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil.